Wir befinden uns hier Mitte im Tettnanger Hopfenanbaugebiet, wo wir eine vierter Generation Hopfen anbauen. Wentele Hopfen direkt vom Schörehof. Wenn die Dolden schön geschlossen sind und fest sind und das Lupulin in der Mitte drinnen, wenn man die Dolden aufreißt, eine schöne satte gelbe Farbe hat, dann heißt es für uns auf dem Betrieb, die Hopfenantik kann beginnen. Bentele Hopfen vom Schörehof. Da dafür leben wir. Untertitelung des ZDF, 2020